So, jetzt kann ich auf dem Splitspeam verfolgen, das ist ganz spannend. Wo ist jetzt mein Reifen hin? Das Glas habe ich dabei, die Windschutzscheibe. Mein inventar ist da, das ist überpackt. Engine Parts, war das jetzt noch was fehlt, ne? Jo. Ah, da ist der Motor. In einem Full Tank Parts, ne, Tom? Das ist ja mental so verbuggt, wenn du im Video siehst, wie es gerade rumgebuggt hat, ey. Na, ich pack's jetzt, machst du das Rad dran, hier komm ich nicht durch. Also es fehlt jetzt nur noch, die Windschutzscheibe bringst du, es fehlt nur noch der Motor dann. Ja. Oh Gott, ich hoffe, das geht gut, ich droppe jetzt mein Back. Ja, ich seh ihn. Nur noch der Motor und die Windschutzscheibe. Das ist auch schon, äh, so zwei Drittel voll dabei, der Tank. Aber zum, ob ich den jetzt irgendwie befüllen kann, hier mal. Hier, hier hoch. Also diese Tanks mit der kleinen Leiter, mit der kleinen Plattform oben drauf, gell? Ja, ja, das sind schon mal nicht. Mann, kommen hier viele Zombies. Oh, oh, die wollen alle mich. Das ist nicht gut, das geht nicht, ich verpiss mich jetzt hier. Oh, ich blute. Jetzt hab ich's irgendwie geschafft gerade, fill jerrycan. Das hat geklappt, man muss einfach mit dem Ausrat scrollen, wenn man drauf gehen, auf einmal ging's. Nice. Jetzt fehlt nur noch der Motor und die Windschutzscheibe. Zurück ins Haus. Puhl ist ganz voll. Die Wheels fehlt einem, das sind angeblich noch orange. Ja, orange ist nicht schlimm, dann fahren die. Ja, aber ich hab alle ausgetauscht, das ist dann wirklich kaputt, oder wie? Ja, vielleicht der eine, den du nicht austauschen musstest, vielleicht ist der dann halb kaputt. Verstehst du? Also kann ich, ich kann den da theoretisch über austauschen, wenn ich noch eins finde, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaub, du musst einfach Lack haben und den richtigen erwischen. Aber bescheuert, ich weiß. Wenn wir noch zwei Reifen finden, können wir da das... Ja, wenn ich Reifen finde, nehm ich den. Ich kann mich aber einfach davor stellen, jetzt und so noch irgendwie konnte ich gerade die... Ach, da kommen gerade Schüsse. Da, Phil Jarricon. Da haben Schüsse? Nein, das sind nur Zoms, die auf Kieseln rumlaufen. Das hat Duck, Duck, Duck gemacht. Mach mich nicht. Ich dachte, das wäre schüssig. Wahnsinnig. Oh, der ist für einen gescheiten Rucksack, um was zu essen, um was zu trinken. Ich will dich noch umsortieren. Ich laufe jetzt nochmal hoch in die Industriestadt, gell? Naja. Wo bist du? Ich bin unten in Solnitschi, in den Industriezeug drin. Oh Gott, ich höre hier, glaube ich, was. Ich kann es spielen. Ich hoffe auch, ne. Ich hoffe, dass er von uns noch wieder hier rumlauft. Ich habe nur meine Axte als Verteidigung. Muss greifen. Geht's mal was, irgendwie zeigt man da nichts an, aber ich laufe schon ewig rum. Na, ich habe den Toolbox gefunden. Nice, ich habe den Toolbox getragen. Kannst du dann irgendwie, ja, kommen. Aber auch, was du mit Leuten hier nicht gefunden hast, was Pistolenmäßiges oder so, oder? Nein, nur Munition und Crap. Ich habe jetzt die Axt dabei. Ich habe auch nur Munition gefunden und Crap. Ich habe auch nur Munition gefunden und Crap. Ich habe auch viel zu probieren. Server ist halt, was das angeht, echt leer gelootet. Da liegt nur eine Axt. Wahrscheinlich habe ich die nach dem Resort, haben wir alle gelootet und jetzt kriegen wir die Überreste. Aber dafür haben wir jetzt ein Auto. Wahrscheinlich, dass es bald fertig ist. Oh ja. Und dann gleich nach Berenzino perratzen und einer geht dann looten. Der andere im Auto ist gesteckt. Können wir vielleicht machen. Oh, wie habe ich den jetzt getriggered? Ich habe null Wischen und null Hören. Oh, ich habe nur noch 7700 Leben, ey. Ja, ich komme erst mal zu dir und gebe dir ein Bloodpack. Ich sage jetzt mal, wenn du im Auto bist. Ich schaue hier, wenn das noch... Ich bin schon am Luftding. Aber nur noch einen Motor. Ich hoffe, ich bin hier überhaupt nicht so in den Chillen. Ich habe immer ein Hunting-Live gefunden. Ich habe die 17-Munition für gar nichts. M203. Ja, jetzt bin ich Munition für das Ding, was ich nicht mehr habe. Ich muss wahrscheinlich wieder raus aus der Stadt, ne? Und da steht, äh, ne... Ah, da. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ich glaube, ich sehe den Bus. Der steht direkt in der Tankstelle drin, ne? Ja. Naja. Ich bin da. Ich habe ihn fast voll repariert. Sind ja am Anfang an die Windschutzschäbe, kannst du doch draufklatschen. Mach ich. Und... Ja. Warte auf mich. Ich komme so schnell es geht zurück und dann kannst du mich... Nein, ich fahr weg. Kannst du leider nicht, weil der Motor kaputt ist. Versuche gerade einen aufzutreiben. Und dann schau, ob der in der Tankstelle wieder was respawn ist. Ich hatte sie gerade extra nochmal ganz leer gemacht. So, mal gucken. Selten, leider. Na, kann auch Magazin, was ich hier als Moment zurückfinde. In diesem scheiß Industriegebot, ne? Wobei, jetzt bin ich auch im Karglas. Solltest du mitnehmen. Ich habe es zwar repairt, aber die Scheiben sind immer noch gesplittert. Vielleicht brauchen wir mehr... Ich habe auch ein Wheel gefunden. Du musst noch mit, gell? Ja. Wir brauchen das Windows-Glas schon zwei. Engine, Fahrt, Hull. Wieso ist Hull auch orange? Was ist Hull? Das ist, glaube ich, Glas. Dann brauchen wir mehr Glas. Sicher? Ja. Oh, ein Reifen braucht sechs Platz, ey. Naja, wir sind relativ groß. Wir sehen das gleich, wenn ich wiederkomme. Ich werde das nur gegen den Motor. Das ist so, so. So, 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 so. Ein Regeln-Rotor. Und den hast du ja bestimmt hier. Den habe ich da hingestellt, ja. Damit da wieder Platz ist. Hier sind nur... Der hat einen Loot-Spawn, voller Crap. Hier hin, hier ist noch nie was. Ja, und der Loot-Spawn ist auch voller D-Drag. Der Motor ist echt selten, gerade, ey. Ist doch relativ selten, damit. Ist halt wirklich alles in dem Scheiß-Racken kaputt. Ich denke, ich hatte den deswegen auch noch bisher keiner repariert. Als ihn niemand gesehen hat. Weil alles reparieren ist schon ziemlich eräckt. Gerade, wenn es aber voll ist. Wir haben halt nicht das Glück, dass das hier mit der Nacht ist. Brauchst du noch lange? Ja, ich bin gleich auf dem Weg zurück. Ich will noch kurz, äh... Ein, zwei Loot-Spawn haben auf dem Rückweg. Ich bin also schon fast... Ich bewege mich schon wieder in deine Richtung, sagen wir bist du. Wieso fragst du? Nur so. Ich habe immer noch keinen Motor gefunden. Ah, da ist der Tür zu kommen. Ich würde halt sonst wieder in die andere Richtung gehen und da noch in den Motor gucken. Ich schnaufe dir mal auf der Straße insgegen. Toolbox habe ich auch gefunden und Fuel-Tanks. Und eine Hatchet liegt hier sonst noch. Weiß, ich hatte schon gedacht, das ist der Motor für ein paar Millisekunden. So. Na ja, Bandages, auf dem ich verletze. Oder... Hier ist auch wieder eine Tool... Ah, ich's nochmal karrgelassen. Ich nehme das Glas. Ich bring das Glas zum Auto. Ich laufe gerade, wir sehen an den Schienen entlang. Ich glaube, jetzt laufe ich dafür an die Straße. Aber mindestens haben sie jetzt echt schon mal echt die Grafikbox rausbekommen. Ich habe da noch nicht eine Sache und wurde alles so weit angezeigt. Wäre mal nice. Ich würde mir doch was gepullt. Nein, bei mir ist alles Glasgrün. Aber wenn ich jetzt das repair, dann weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich wieder nichts passieren. Ich repairte aber mal das Unterste. Ja, ich habe hier gerade... Was ist denn am Arsch? Ob das ich hier loswerden kann, aber irgendwie wollen sie nicht loswerden werden. Doch, jetzt habe ich nur noch zwei. Ja, ich habe sie repaired, aber durch die Scheiben sind immer noch gesprungen. Ich habe keine Ahnung. Wo bist du? Wir sind gerade gegen zwei Zombies. Oh nütz, ich laufe jetzt gerade kein Schlitz zu. Ich bin auf dem Feld davor. Ich hoffe, ich habe euch den richtigen Reifen, dass die nicht mehr am Arsch sind. Zombi? Ja, du hast... Ich dachte schon, es ist noch jemand bei dir jetzt, aber... Ja, mein unsichtbarer Freund. Hm. Ich kann auch mal herrücken. Oh, see you later. Ich glaube, du bist jetzt noch süden, oder? Ja. Süden roter. He he. So, was habe ich jetzt hier gerade im Moment? Nichts. Ich fange jetzt mal den Reifen aus und repariere... Also 50-50 ist die Chance. Glaube ich, wenn ich mich erinnere, welche Reifen waren, die ich repariert habe. Den guten Lock. Links. White Bag hatte ich hinterheriert. Das ist schon... Äh, Left Bag. Also mal right vorn habe ich sicher nicht repariert. Ich repariere den einfach mal. Plutch, 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 plutch. Das kann eigentlich nur ein gelben Loot dann sein, oder? Ja. Also... Wird nichts im Dach sein. Da verpickst du diese fickten Engine-Parts, ey. Oh, fällige Trigger. Oh, ich habe auch schon mal wieder einen getriggert. Ich habe hier ganz fünf Stück, sieben Stück, oder so. Jump, oh boy. Uh, 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 oh, oh, Shikuru. Bye bye, come on. Er ist in Samu... So, ich muss zu einer so eine Chance. Tolles Nachts spart man, äh, Speicher beim Aufnehmen. Denig Farben hier. Ne, ich habe ein paar Flares, mit denen ich ein bisschen Licht mache. So, ich habe ein paar Minuten Tonnen, nicht erodu ор attachen. okay ich glaube ich muss die große halle da einfach mal leer machen vielleicht respawn das ist das was ich da abgelegt habe wie viele dosen hier liegen vier stück ich weiß das habe ich auch in den hier gemacht wieder zum bislang das ist ein player Korsche ist er darfst du nicht spielst du nicht erst durch abonakt ich mag es